Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe euch gehts gut wie jetzt ebenfalls ein Hey und Willkommen zu YouDeserve nach dem Intro. Dann würde ich mal sagen starten im Spiel hinein. Finde ich cool. Das ist wieder so ein Spiel, was, äh, weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung, egal. Sooner or later just this... just all of us before committ... Yo, okay. Ich wollte auch nicht zu Ende lesen, gar nicht. Also, ja, super, toll. Okay, ähm, wir wurden anscheinend gekidnappt, ich hab keinen Plan. Well, when am I? Do you need to go to sleep? Is this a dream? But, it seems so real. You can assess the... was? Inventory by pressing the tab key. Ah, ich weiß nicht, wie groß oder wie lange das Spiel ist, aber es ist wohl ein längeres Spiel und es soll verdammt gut sein. Verdammt gut sogar. Deswegen, ich bin, äh, sehr ges... Boah, Alter. Ich hab mich nur deswegen geschoben. Ich bin sehr gespannt. Ähm, the particle zones are used to save the progress. Also, die speichern. Das ist cool. Das ist sehr cool. Können wir nicht nehmen. Dann gehts hier weiter. Ähm, achso, ja. Bücken. Ja, das war ja klar. Was? Warte mal. Ja, mit C kann ich auch machen, aber das ist... Ich nehm wieder die gewöhnliche, äh, Steuerung. Man kann sprinten. Ich kann nicht jemanden in diesem Ort sehen. Wie war ich hier? Das Spiel soll auf jeden Fall sehr atmosphärisch gut sein und ich hab nur Gutes darüber gehört. Der Nebel sieht zwar ein bisschen fake aus, aber... Hey. Okay, jetzt müssen wir wohl in so ein Sanatorium rein. Erinnert mich grad ein bisschen an Medusa's Labyrinth. Ja, fault, your fault, your fault. Ja, anscheinend. Ein bisschen lauter hier. So, und hier sind wir. Oder? Nein, Gas. Okay, wir müssen jetzt irgendwie versuchen, das Gas abzudrehen. Das ist wohl so ein Puzzlespiel. Schon... Habe ich jetzt was damit bewirkt? Oh. Das war ich nicht. Das kam einfach so. Ähm... Na so, hier brauchen wir natürlich eine Taschenlampe. Gut, wir müssen jetzt wieder für jeden kleinen einzelnen Scheißsachen suchen. Ähm... Ein Buch, ein Zettel. Ja, ich würde mir das gerne anschauen. Ah, gut. Das ist gut. Ähm... Okay. Hier ist nichts drin. Schublade geht, äh, sehr langsam zu. Ach, so könnte ich die untere auch öffnen. Okay. Das ist natürlich cool. Schlüssel. Schlüssel. Schlüssel? Ist hier? Nein. So, das heißt, wir haben jetzt einen Schlüssel für... Die Tür vielleicht? Ne. Hier, hier ist ein Bild. Kann man da irgendwas machen? Nein, kann man nicht. Ähm... Muss für die Tür sein, oder? Tatsächlich sogar. Das ist ja gut. Dieses Ort... Es klingt sehr familiar zu mir. Okay. Vorhin hat geschrieben, ich muss gucken, ist wichtig. So, wieder können wir nichts lesen, oder? Ne. Toll. Ähm... Ja, gibt's... Oh, kann man aufmachen? Was? Ah, nice. Ah, nice. Schatz, tut mir leid, ich kann nicht, ich bin grad am zocken. Ähm... Oh. Oh, oh, ja. Hallo? Ne, das soll auf... Hallo, ich komm mit der Steuerung grad gar nicht fit. Aber hier ist anscheinend nichts, was man gebrauchen kann. Scheiße, ich hab mein Spiel richtig leicht und einfach vorgestellt. Ist nicht so. Okay. Oh, ja. Hier ist hier was Tolles drin, was wir gebrauchen können. Ja, ein Schlüssel. Sehr gut. Äh... Für welchen Raum denn hier... Ah, jo, 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 ich weiß welchen, ich weiß welchen, ich weiß welchen. So. Ups. Hahaha. Okay, richtig böse. Willst du mich schnatzen oder so, Alter? Jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter. Rewrap, ich weiß jetzt einfach nicht mehr weiter. Weil das... Oh. Oh nice. Habe ich damit was bewirkt? Habe ich damit was bewirkt? Dafür brauche ich natürlich was. Hat sie das auch gehört? Was war das? Mein Gott. Kann ich jetzt vielleicht... Ne. Äh, ist hier irgendwas hinter? Äh, das Bild ist, äh... Junge, ich komm immer auf... Hier haben wir alle schon durchwühlt, ne? Ist... Ja. Spinnen können wir auch nicht. Äh... Ist vielleicht oben irgendwas? Irgend... Was, was wir gebrauchen können? Ich lauf erstmal davor, das ist echt, äh, cool. Okay. Sing. Do not... Do not enter. Do not enter. Do not enter. 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 Do not enter. Kann ich hier irgendwas machen? Irgendwas? Ne. Ich kann nur auf Grabsteinen herum, äh... Falzen. So macht man das heutzutage nämlich. Ich kann es doch nehmen. Es ging einfach nicht, ich musste mich ducken. So, da hat das Game schon einen Minuspunkt. Und das gehört nämlich hier hin. Nice. Gespeichert. Auf dem Jumpscare hätte ich jetzt eher weniger Bock. Boah, Alter. Oh, fuck. Oh, fuck. Äh... Okay. Ja. So, ein Video von mir lädt auch noch hoch. Ähm... Achso, hier können wir gar nicht durch. Ein Video von mir lädt gleichzeitig jetzt noch hoch. Und ich höre, mein Computer arbeitet. Weil... Man hört immer so ein kleines... Wow. Ich meine, ich hab's doch gehört, dass das Game echt... Creepy sein soll, aber... Äh... Das Game hat's aber auch nicht so mit, ähm... Na? Ich muss immer ganz schön nah an die Sachen drangehen. Jetzt hab ich ne Mütze, die kann ich mir aufsetzen. Näh. Äh... Hier ne Tür? Ach, dafür ist der Schlüssel. Oh, nice. Wieso... sind die in der Luft? Uah! Okay. Äh... Muss ich damit irgendwie... Muss ich das da drauf? Okay. So was hier mit? Näh. Es geht nur irgendwie... Hä? Wozu? Wo sind jetzt der Sinn? Hallo Sinn, komm her. Gibt mir Sinn. Das ist irgendwie creepy. Ich versteh hier grad gar nichts. Gar nix. Okay, gehen wir nochmal hier rein. Ich spinne dich jetzt einfach. Weil irgendwas muss das ja zu bernten hier... Oh. 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 Okay. Okay. Ich sag dir das... Das ist schon ein negativer Punkt an einem Spiel. Ich kann nicht verstehen die Leute, die sagen das Spiel ist auf und Tinten geil. Das ist halt so ein Ding da, ähm... Das Spiel inter... Interact... Nicht richtig. Also... Naja. Noch langsamer geht's nicht, oder? Ach, wir haben's ja echt geschafft. Boah, ist das dunkel hier. Alter. Äh... Wow. Was war das? Ja, seht ihr... Ich sag dir, das mit dem Interact, das funktioniert ja nicht so ganz. Ähm... Okay. Aber ich muss sagen, grafisch sieht's schon nice aus. Also es ist sehr ansprechend. Ey, willst du mich verarschen, du Drecksspiel? Was muss ich denn jetzt hier... Okay. Ey, ich hab... Kein Plan... Was jetzt hier so abgeht, also... Okay, wir brauchen... Hierfür irgendwas... Ja, super. Ich muss hier irgendwie ne Kerze dafür finden. Um das da rein... Zu tun, aber... Ist die Kerze hier... Ja. Was ist das denn für'n Sinn? Ich frag gar nicht. Ich frag einfach nicht. Das hat einfach keinen Sinn. Das ist es. Oh, wow. Fotos. So geil. Fotos. Uh! Gut, der war gut. Der war sehr gut. Das Spiel ist extrem dunkel. Hier ist Licht. Hä? Das ergibt keinen Sinn, aber... Egal. Alter. Wenn's darum geht, mich zu erschrecken, dann hat das Game das auf jeden Fall drauf. Eine Mütze... Paper... Papier... Paper. Ähm... Okay, wir sollen hier nicht weitergehen anscheinend. Ähm... Jo. Ach so. Oh! Oha, Alter. Das war aber echt sehr mies. Der... Boah, Junge, das ist doch nicht euer scheiß Ernst hier. Fick doch, Spiel. Also muss ich einfach Gas suchen. Oder Öl, oder was weiß ich was, um die scheiß Kerze dann zu zünden. Oder die Fackel. Ist hier irgendwas in den Schränken drin, was ich gebrauche? Oder was ich brauche. Dafür. Haben wir Ducken hier? Ah jo. Ist toll, super. Jetzt hab ich irgendwas eingesammelt, was keiner so braucht. Es ist, äh, sehr angenehm. Kann ich hiermit was machen? Oh, und meine Haare brennen immer noch nicht an. Das ist ne Meisterleistung. Und hier wächst auch einfach mal so ein, äh... Dingen. Bin ein bisschen überfordert gerade. Ja, ich such jetzt einfach nach diesem Zeug. Ganz ehrlich, nutze ich nix. Ist das hier vielleicht? Eventuell? Ne, oder? Doch. Doch! Doch! Warum? Warum muss ich denn so nah dran? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Das Spiel, das will mich einfach lanzen. Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Ah, Hilfe. Ich hab vergessen, wo ich hin muss. Muss ich hier hin? Ja. Okay. Ich fühle mich, dass jemand versucht, mich in Kontakt zu kommen. Obwohl, es ist meine Familie. Ich kann es nicht erkennen. Ne. Ah, das ist ja nix. Von hier kamen wir, ne? Kamen wir. Sister. Komm, wir liegen in den Bart. Okay, nicht lustig. Ähm. Ja. In dem Sinne würde ich sagen, meine Lieben, wünsche ich euch einen wunderschönen Abendtag. Keine Ahnung, wann ihr das Video schaut. Und, äh, bis zum nächsten Mal. Ich muss euch unbedingt was zeigen, was passiert, wenn man das Spiel verlässt. Dann kriege ich nämlich einen Jumpscare. Das ist ja auch ganz schön. Wie kommt es jetzt? Ich muss aufniere, es ist es nicht. Das ist ja auch nicht.